Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Black Ops 2 Und mit dabei habe ich den Stefan mir hergeholt Guten Tag Er sitzt jetzt mal neben mir Ja wir haben nochmal meinen Geburtstag nachgefeiert Dann hat er hier gepennt Und jetzt haben wir uns gedacht nehmen wir ein bisschen Black Ops 2 auf Jetzt wo es auch funktioniert mit zwei Mikros an einem Tisch Ja und anscheinend spielen wir gerade Hijacked oder jetzt dann That's the reason why I will take the MCS Shotgun Und dann mähe ich erstmal alles nieder was mir in den Weg kommt Ah ja Internationale Gewässer Team Deathmine Und nachher werden wir wahrscheinlich dann auch noch Hardcore irgendwas spielen Und Ja wir werden so ein bisschen switchen denke ich Gut Stefan nickt Für hart komisch denn auch wenn meine Rektör noch umstellen Okay Dann muss dann nämlich der Schalldämpfer runter und irgendwas was mir schaden macht Hallo Aura Rektor bist du eben hier ganz kurz Hehehe Ja das ist so komisch weil Du hast ne Schraubfeinde Ja da stehen drei Leute ja Drei Leute vor mir Und die treffen mich Achja geh Granate Werfe eine Granate Geine was 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 oh mein Gott der ist ungeklügt der ist tot ich bin was er wird tot ich hab gedacht der hat glaube ich einen Elektroschock gekriegt das sieht ja immer so geil aus achso auch auch ob er es hoch und kommt dann wieder runter weil das kann ja ok weil das ist die verkürzt als wenn wir versuchen die Granate zu oh ja hallo oh ist niemand da erstmal gegen die Lauf gegen die Wand laufen ich hab schon so viel Kills ha 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 da bum bum ha 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 warte ist ein Gegner nein ok ich hab rein alter komm schon so ein Noob alter wahrscheinlich kennt der da die ganze Zeit ja lass mich durch oh ich hab was getroffen ich hab was getroffen ja boah 25% jetzt lol ach ich weiß was jetzt gibt es hier erstmal eine Samtex die nicht trifft wow die nicht trifft f*** euch f*** euch ah die ist geil die Waffe wir haben den Vorteil verloren bleib bei mir Erschütterungsgranate geworfen hat er gerade gesagt Erschütterungsgranate geworfen aber nein geworfen hat er gesagt echt ich hab geworfen verstanden ok go die go die bitch ah hass 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 da läuft einfach eine andere Killer hin das ist lustig ich weiß leider nicht wie ich so Switch auf dem PC wenn ich weil ich würde ja jetzt theoretisch die Vorräte haben und wie ich dann drückst runter lol das geht nicht wieso geht das nicht keine Ahnung ist ja behindert dann läuft die Vorräte hinten an einen Spawn und dann genau ich hab ein Geschenk für euch ich bin noch nicht gestorben ok jetzt werf grad die Vorräte nein bedingt nicht unter das Dach hass 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 los fliegen lol nein NO meine ey nicht cool f*** dich Gott war heute schlecht der hat nen Attack gehabt ja und jetzt was hab ich da eigentlich was ist das was ne Honda Drohne das ist ja scheiße das ist lustig ne Aua was machst du ne nein so 3 hier BAM wieso 3 keine Ahnung wieso nicht mehr den echt das verwirrend weil Activision das nicht will alter alter was ist denn jetzt los die sind unter dir warum weil die da spawnen und warum ist der hier und warum bin ich tot weil das kann ey du Ski geblieben nein scheiße ja das wär so geil gekommen das wär so geil gekommen das hätte ich wieder aus dem Jenseits bekommen boff oooooh geh weg hat er gesagt Hassgranate? ja alles atatatatatata überleben ihr habt dasíd blți aber AUN wie hat der mich jetzt你看getroffen? HA ja Spraywulch ja aber das darf nicht ja jetzt werden wir irgendwie wechseln mit dem head wolf ahh ich we bert Ich werde mit meinem Headzap hier rum verschwinden. Achso. Ja, wir hätten auch irgendwie... Egal. So. Joke, da hab ich ein bisschen Hardcore-Spiel. Ja, geht Hardcore. Hardcore-System. Ich mag die Karte nicht. Ich auch nicht. Weil da so viele Camperpunkte sind. Ja. Bei denen haben Spawn im Haus, bei uns haben Spawn im Haus. In der Mitte. Äh, ich wollte eigentlich... Ja. Euclose erinnert sich beim Wiedereintritt. Du musst sterben. Ach, jetzt noch nicht. Pff, jetzt. Achtung, da kommt etwas. Ja! Ja! Ich und Kumpel. Wieso stirbt man, wenn man dagegen springt? Don't touch it. Ja. Okay. Dann bleib ich doch bei meiner Sprayer-Waffe, glaube ich. Und das denn? Okay. Oh. Was schaffe ich noch? Die Heldmann. Ah, ja, ja, nein. Oh. Das ist unter. So, das ist gleiche. Ich hasse es, dass ich keine Meme mehr habe. Da war einer. Stefan, da war einer. Stefan, da war einer. Bam, hat's den umgehauen. Das war deiner. Nicht drauf schießen. Das ist alles so farbieren. Lol. Wie der gewusst hat, dass du um die Ecke gejumped kommst. Ich mag so Leute nicht. Ihr müsst dafür wissen, dass Stefan wahrscheinlich, äh, dass Stefan nur auf der PS3-Black Ops spielt. Mhm. Und, Hunter Killer. Oh, oh, gekonnt. Ah, der war gar nicht auf dich fixiert. Aber auf dem Typ nebendran, das hält mich auch. What the fuck. Weil. Egal. Da kamen die Schüsse aus dem Nirgendwo. Also, wie gestern kamen bei Lol die komische Schwerträgerin. Oh, ja. Haben gestern Hardcore-Lol gesuchtet. Mit anderen fünf. War richtig gut. Ich hätte ja aufgenommen, wenn wir nicht so schlecht wären. Ach du, da haben wir es! Ich wollte es eigentlich zerstören, weil dann hätte ich... Ja, dann wäre es trotzdem drauf. Ja, aber ich hätte Fahrspaß bekommen. Von links kam auch ein... Da ist wohl links. Ja, da ist wohl links. Was war der nicht... War der nicht? Ich muss sprayen! Okay, ich brauch irgendwas, wo man jetzt sprayen kann, was auch Schaden macht. Gut, ob das gar nicht. Die trifft eher selten beim Sprayen. Ja, aber wenn sie trifft, ist es bumm tot. Ja. Ich habe aber keinen Vollmantel drauf. Ja, warum auch immer der schon wieder hinter uns war. Die kommen immer aus dem Heuschen da bei uns. Hä, warum habe ich eigentlich keinen Schalldämpfer drauf? Ich habe doch gesagt, es bringt nichts zu sprayen mit der Waffe. Du hast vorhin mit der gespielt, oder? Ja. Die scheint schon voll so gut auf dem Deck zu sehen. Ja, das geht. Kommt auf den Benutzer. Oh. Alter. Na ernst. Ey, Alter, ich habe eins zu zählen. Ja. Eilige Scheiße. Spy, da war jemand. Ja, ja, aber ich habe jetzt auch einer. Ja, Sprayen. Gibt Gass. Das sind so viele Schüsse. Links. Ah, nein. Bam, bam, dadam. Bam, bam, dadam. Tuck, tuck, tuck. Da hinten steht doch jemand, oder? Ne, das ist ein Schild. Da hinten war jemand. Ja. Er ist rechts rein. In sein Haus wahrscheinlich. Trololol. Ne. Ich habe nur eine Teile mal vorgeschlagen. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Weil die grüne Teile... Ist dein Teile im Hot? Ja. Don't touch it. It's too hot for you. Oh, ja. Ja, nee, Stefan. Besser nicht. Nicht da durch. Nein, nein. Passiert was denn hier gegenlaufen? Nein. Gut, egal. Nur wenn sie in deine Fahrt... Äh. Nur wenn sie in deine Richtung kommt. Das ist ein Geschütz. Da hat sich jemand Ballista genannt. Geil. Aber das kann. Da hinten ist wieder ein Schild. Das sah... Was hat denn der für eine Waffe? Äh, der hat eine... Oh, das ist ein Noob-Tuber. Ne Type mit Zielsucher und Granatwerfer. Wahrscheinlich noch ein Vollmarschel drauf. Wenn er drei aufsetzt wird. Noob-Tuber. Eilige Scheiße. Eilige Scheiße. Yeah. War da noch ein? Ja. Warum ist da gerade jemand rumgefallen? Einer braucht... LOL. Warum? Ich will diesen Person nicht mehr Säke. Nein... Nicht gut. Stefan! Boah, geil. Nice Hacker. Ich werde eine Säke. Ja, nice Hacker. Ja, nice Hacker. Oh, da kommt der angeschissen. Und macht den auch noch platt. Gut, und damit war's dann auch schon für diese Folge. Äh, bis gleich.